Willkommen zurück zu Gothic, dem besten Spiel der Welt. Im letzten Teil habe ich mich hier um einige Monster gekümmert. Ich bin einen Umweg gegangen, habe die freie Mine noch mal durchgeguckt. Da habe ich noch ein bisschen gehandelt. Dann ein paar Razor besiegt. Jetzt geht es hier hin. Ich will das Ganze nämlich vorbereiten, bis ich nämlich richtig auf Fokussuche gehe. Nämlich Spicer. Ich kann es nämlich schneller. Ah. Wie diese ganzen Monster, die kriegen alle Feuerball ab. Dann sind die mit dem zweiten auch kaputt. Oh oh. Ja, klasse. Toll. Jupp. Den locken wir mal wieder in seine Gruft hier zurück. Okay. Dann kann er weiter in Frieden ruhen. Nicht, dass er verschwindet, den braucht man nämlich. Okay. Oder, ich ziehe es vor. So, tot den Untoten Mal gucken Nee, noch nicht Okay Dann scheint Nicht untot genug Der ist nämlich unbesiegbar Cool, ich denke mal, den kann man alleine lassen Die Skelette zu plündern, das mache ich später Ganzes Sklavenbrot Hier kann man nachher nochmal durchgehen Wahrscheinlich ist immer wichtig Oh nein Er hätte treffen müssen Mhm Mhm Oh 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 Ach, jetzt liegt die zu hoch. Hier kann man demnächst dann nochmal hergehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, jetzt hat sich das Eisgemord erratet. Ein bisschen fett. Hier hinten kann man dem Kavalorn nochmal einen Besuch abstatten. Oh, da sind Goblins. Oh, ich habe keinen bekommen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Snapper. Da mache ich später. Da mache ich später. Da mache ich später. Du hast gewonnen. Schon gut. Jetzt muss ich die anderen auch anschläfern. Du hast gewonnen. Schon gut. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Wo ist denn Heilung? Total verkackt. Oh, oi oi. 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 Oh, 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 oi. O, oi. Oh, 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 oi.